Hola und herzlich willkommen zu unserem Video Flüge nach Kuba 2023-2024. Ich bin Chris, Gründer und Geschäftsführer von KubaBuddy, eurem Individualreiseveranstalter für Reisen nach Kuba. Wir haben ein Büro in Berlin, wo ich gerade sitze und eins in Havanna und beschäftigen uns mit unserem gesamten Team jeden Tag damit, die perfekten individuellen Reisen nach Kuba zu planen. Heute sprechen wir über das Thema Flüge und klären folgende Fragen. Welche Flughäfen gibt es in Kuba? Welche Airline fliegt wann und wohin? Wie lange dauert ein Flug nach Kuba und wie viel kostet er? Das Ganze soll euch helfen, einen guten Überblick zu bekommen und die beste Flugverbindung für euch zu finden. Auf unserer Seite über die Flüge nach Kuba haben wir nochmal alles aufgeschrieben, übersichtlich, Grafiken, Tabellen. Schaut da auch gerne nach. Vorab noch zwei Infos. Falls ihr noch nicht wisst, dass ihr für die Reise nach Kuba auch eine Touristenkarte braucht, dann haben wir auch alle nötigen Infos nochmal hier unten in dem Video für euch aufgeführt und wenn ihr gerade erst am Anfang der Reiseplanung seid und vielleicht in der Gruppe verreisen wollt oder einfach auch mal einen Reisevorschlag haben möchtet, meldet euch gerne bei uns. Wir helfen euch da gerne weiter. Welche Flughäfen gibt es in Kuba? Es gibt insgesamt acht internationale Flughäfen. Wir konzentrieren uns aber auf die drei, die für uns relevant sind, wo wir gute Verbindungen haben und das ist Havanna, also die Hauptstadt. Sehr guter Ausgangspunkt für die Rundreise. Und dann gibt es ganz im Osten noch Eugin. Eignet sich auch sehr gut für Gabelflüge. Eugin ist in der Nähe von Santiago de Kuba und für die Strandurlauber ist Varadero, der Airport. Zwei Stunden von Havanna direkt eben die schönen Sandstrände anfliegen kann. Je nachdem, wie ihr eure Reise gestalten möchtet, gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten, das eben zu kombinieren. Flugdauer nach Kuba ist elf bis zwölf Stunden ungefähr. Rückflug eine Stunde schneller aufgrund der Erdumdrehung. Jetzt am liebsten fliegen wir natürlich direkt nach Kuba und da haben wir aus Deutschland eine ganz gute Möglichkeit mit Condor und zwar ab Frankfurt. Dieses Jahr beziehungsweise in den Winterflugbahnen 23, 24 könnt ihr an fünf von sieben Tagen die Woche direkt anfliegen. Montag und Freitag direkt nach Havanna, Dienstag und Freitag nach Varadero und Mittwoch und Sonntag direkt nach Belgien. Außerdem haben wir die Möglichkeit, Flüge mit Zwischenstopp zu nutzen. Das einmal über Paris, Air France, Montag, Donnerstag, Freitag. Madrid täglich mit Air Europa und auch Iberia fliegt über Madrid. Was der Vorteil ist, Madrid liegt einfach auf dem Weg. Das heißt, innerhalb von 15 Stunden kann man dann auch nach Kuba gelangen und das gleiche gilt für die Schweiz. Sonntag fliegt Swissair bzw. Edelweiß und aus Österreich haben wir dieses Jahr leider keine Verbindungen. Aber wer aus Österreich kommt, dann eben über München mit einem Zuwingerflug beispielsweise nach Madrid und dann weiter mit Air Europa oder auch dann über Frankfurt direkt mit Condor. Wir haben euch das nochmal auf unserer Flugseite alles aufgeschrieben. Schaut da gerne nach. Flugpreise. Wie viel muss ich ungefähr für einen Kuba-Flug einplanen? Das hängt natürlich sehr stark davon ab, zu welcher Jahreszeit ich fliege. November bis April ist High Season in Kuba. Wenn ihr jetzt noch nicht ganz festgelegt seid oder mehr darüber wissen möchtet, wir haben da einen guten Artikel zugeschrieben. Verlinken wir euch hier auch, wann die beste Reisezeit für Kuba ist. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Lest euch da gerne ein. Prinzipiell könnt ihr für einen Economy-Class-Flug von Frankfurt mit der Condor nach Kuba zwischen 800 und 1000 Euro rechnen. Hin und zurück. Es gibt auch mal Tickets für 500 Euro, aber ich würde eher mit 800 bis 1000 Euro rechnen. Flugklassen prinzipiell bei Condor ECO, Premium ECO und Business. Wer First Class fliegen will, dann am besten mit der Lufthansa nach Panama oder eben in die USA und dann direkt einen Zubringerflug. Was sie meist nicht wissen, aus den USA, vor allem aus Miami, gehen täglich Flieger nach Kuba und zurück. Das war mal in aller Kürze die Zusammenfassung. Das Wichtigste, was ihr braucht, um loszulegen, um euch selbst zusammensuchen zu müssen. Jetzt könnt ihr reingehen und genau die Flugverbindungen raussuchen, ob ihr gute Preise, gute Verbindungen findet. Oder wenn ihr die Reise mit uns zusammen planen wollt, meldet euch gerne. Egal, was ihr in Kuba entdecken möchtet, ob es Havanna ist, ob es die Strände von Baradero sind oder die Abgeschiedenheit und den sehr langsamen Osten. Kuba wird zweifellos für euch eine unvergessliche Reise werden. Wir freuen uns sehr drauf, wenn ihr Menschen und Kultur entdeckt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Tschüss, Saludos, euer Chris von KubaBuddy.